Die Motivation der meisten Menschen, morgens aus dem Bett aufzustehen, besteht darin, dass sie pinkeln müssen. Das ist nicht von mir, liebe Zuschauer, das ist vom Jesuitenpater Dr. Albert Ziegler, der sich mit Motivation auskennt. Und um Motivation geht es in der heutigen Sendung. Weil egal was wir tun, wir brauchen dazu Motivation, sonst kommen wir nicht in Bewegung. Weil Motivation kommt von dem lateinischen Wort movere und das heißt sich bewegen. Ich rede jetzt nicht davon, wie es ist, wenn sie verliebt sind, dann bewegen wir uns von selbst. Oder in Urlaub oder wenn sie gerade auf der Erfolgsspur sind, wenn alles super läuft. Es geht eher um die Motivation des Tages, wenn die Dinge auch schwierig laufen. Wenn es in der Partnerschaft schwierig läuft oder vielleicht im Job schwierig läuft. Oder wenn sie eine Prüfung zu bestehen haben. So etwas, wo sie eigentlich, nachdem sie auf Toilette waren, sich am liebsten im Bett wieder umdrehen würden. Und darum geht es heute, um Motivation, um Selbstmotivation. Weil mal ganz ehrlich, haben sie schon mal probiert, vielleicht ihre Kinder oder ihre Mitarbeiter oder ihre Kollegen oder ihre Freunde mit den gleichen Mitteln zu motivieren, mit denen sie motiviert sind? Also wenn sie zum Beispiel sagen, Mensch, das musst du doch machen, weil du weißt, dann hast du mehr Freiheit, mehr Geld oder mehr Freizeit. Motivation ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Nur mal als Beispiel, wir nehmen mal hier diesen Schlüsselbund. Der ist von meinem Kollegen Andi. Dieser Autoschlüssel, der passt nur in sein Auto. Passt er in ihr Auto? Nein. Warum? Weil in ihr Auto ein anderer Schlüssel passt. Genauso ist es mit Motivation auch. Jeder Mensch hat einen anderen, ich nenne es mal Motivationsknopf. Und es wäre doch toll, wenn Sie oder wenn ich, wenn jeder seine eigenen Motivationsknöpfe kennt, die er morgens drückt, um mit mehr Schwung, mit mehr Freude in den Tag zu gehen und auch seine Aufgaben zu erledigen. Und das ist, wie gesagt, bei jedem Menschen anders. Und ich stelle Ihnen heute einige Motivationsknöpfe vor und ich hoffe, dass der eine oder andere Ihnen vertraut vorkommt und Sie vielleicht auch sagen, Mensch, jetzt weiß ich, wie ich mich selber besser in Bewegung setzen kann und so, dass Sie auch ein paar Ideen davon haben. So, dass Sie sich dauerhaft selbst motivieren können und ich erzähle Ihnen auch am Ende noch eine tolle Fünf-Finger-Technik und hoffe, dass Sie damit gut was anfangen können. Also, ein Motivationsknopf zum Beispiel ist, mit anderen Menschen etwas gemeinsam tun. Das motiviert Menschen mit Teamgeist. Also, ob Sie zum Beispiel einen Segelschein machen wollen, Sie wollen eine Fremdsprache lernen oder Sie wollen das Joggen anfangen, ganz klassisch, dann hilft es Menschen, wenn Sie sagen, ich tue mich da mit anderen Menschen zusammen und ich bin motivierter, als wenn ich das jetzt alleine mache. Das sind so Dinge, die macht man mit anderen Menschen eher, als wenn man sich alleine dazu nicht aufraffen würde. Bedeutung kann auch ein hoher Motivationsknopf sein. Ich kenne kaum einen Menschen, der es nicht gut findet, der sich nicht davon motivieren lässt, wenn er sagen kann, ich weiß, ich bin für einen Menschen oder für eine Firma oder für einen anderen von Bedeutung. Und ich glaube, diesen Wunsch tragen wir alle in uns. Und selbst wenn Sie vielleicht im Moment morgens Tätigkeiten vor sich haben, wo Sie sagen, das mache ich nicht so gerne, mit den Menschen bin ich nicht so gern zusammen. Wenn Sie aber sagen, das gibt dem, was ich tun kann, Bedeutung, dann hilft es Ihnen vielleicht doch mit Schwung aus dem Bett aufzustehen. Mit anderen gleichziehen wollen, das kann auch ein hoher Motivationsknopf sein. Das motiviert Menschen, die sich sagen, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Also wenn der Müller diese Umsätze schafft, dann schaffe ich das auch. Wenn die Meier die Filialleitung bekommt, dann schaffe ich das auch. Oder ich backe so lange, bis ich den Kuchen genauso gut hinbekomme wie meine Schwiegermutter. Also wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Es gab so eine Situation in meinem Leben, ich war eine Zeit lang mal in einem Fitnessstudio. Und anschließend war da so eine Frau, die hat auch immer mit uns geduscht nach den Tanzeinlagen. Und da habe ich gedacht, das ist doch ungerecht. Lieber Gott, wieso startest du Frauen aus mit einem tadellosen Körper, langen, wallenden Haaren, Körbchen große, Doppel D und so weiter. Und dann hörte ich, wie die so unter der Dusche nachher sagte zu ihrer Freundin, naja, sagt sie, mein Geheimrezept ist, ich dusche jedes Mal nach dem Duschen mich eiskalt ab. Und ich sage es ihnen, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und seitdem macht mir das Kaltduschen gar nichts mehr aus. Also vielleicht ist das auch was für sie, mit anderen gleichziehen wollen. Etwas Sinnvolles tun kann auch ein hoher Motivationsknopf sein. Das motiviert Menschen, die sagen, das, was ich tue, muss von Bedeutung sein, muss sinnvoll sein. Und für die Menschen kann es sehr demotivierend sein, wenn sie etwas für den Papierkorb tun müssen oder wenn sie etwas Unnützes tun müssen. Ich saß nach einem Vortrag mal neben einer Vorsitzenden von den Landfrauen und die sagte mir, Mensch, das ist immer unheimlich viel Arbeit, diese Jahrestagungen vorzubereiten. Und meine Familie wird vernachlässigt. Aber, sagt sie, immerhin tun wir etwas dafür, dass das Leben auf dem Land für jung und alt sinnvoll und attraktiv bleibt. Und die Augen glänzten dabei. Und sie sagte, das ist eine sehr stressige Zeit, aber das Gefühl, ich tue etwas zutiefst Sinnvolles, das hat dem Ganzen eine Menge Bedeutung verliehen. Und das hat ihr auch geholfen, diese Arbeit zu bewerkstelligen. Und vielleicht auch mal die Familie nicht ganz so zu versorgen, wie sie es sonst getan hätte. Herausforderung ist auch ein sehr starker Motivationsknopf. Das schaffst du nicht oder das klappt nicht, das kannst du nicht, das sind Aussagen, die solche Menschen zu Höchstleistungen anspornen. Die wollen beweisen, was in ihnen steckt. Die sagen dann, also jetzt mache ich es erst recht. Harald Zinter, das ist der Mitbegründer von Greenpeace, der hat dazu gesagt, das ist so ein Mensch, der hat gesagt, nichts spornt mich so sehr an, wie die drei Worte, das geht nicht. Wenn ich das höre, tue ich alles, um das Unmögliche möglich zu machen. Also vielleicht ist ja für Sie auch der Begriff Herausforderung etwas, wo Sie sagen, dieser Tag, diese Aktion ist für mich jetzt eine echte Herausforderung und das bewegt mich aus dem Bett aufzuspringen. Dazu gehören wollen ist auch ein Motivationsknopf, der vielleicht etwas für Sie ist und Sie in Bewegung bringt. Zum Beispiel in einer Klasse habe ich das öfter erlebt, wenn die Jungs dann Mofaführerschein machen, dann sagt einer, ich mache das auch mit, weil er dazugehören will. Wir machen eine Menge und wir unterlassen auch eine Menge, weil wir zu einer bestimmten Gruppe dazugehören wollen. Und denken Sie immer daran, darin liegt keine Wertung. Es gibt keinen guten oder schlechten Motivationsknopf. Es gibt nur Ihre eigenen individuellen Motivationsknöpfe. Also vergleichen Sie sich da bitte nicht mit anderen. Seien Sie nicht traurig oder neidisch, würden Sie denken, dieser Motivationsknopf funktioniert bei mir ja überhaupt nicht. Es ist ja gerade Sinn und Zweck der Sache, dass Sie sich da selber fragen, was motiviert mich. Sich mit etwas Besonderem zu belohnen, das ist auch eine sehr gute Idee, sich selber zu motivieren. Vor allem dann, wenn Sie etwas Schwieriges vor sich haben und wenn Sie sich damit etwas belohnen, was Sie sich normalerweise nicht gönnen würden. Zum Beispiel habe ich mal eine Moderation angenommen, das ist viele Jahre her. Da bekam ich nur die Anfrage, würden Sie eine Talkshow moderieren? Und Talkshow moderieren mache ich von Herzen gerne. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Und habe dann einige Wochen vorher mal angerufen und dann erst erfahren, dass es sich um eine Diskussion um Biogasanlagen handelt. Ich hatte den Vertrag schon unterschrieben und ich sage Ihnen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil ich null Ahnung von Biogas hatte. Und habe dann sämtliche Kollegen und Freunde angesimst mir Unterlagen besorgt, um mich da einigermaßen fit zu machen in diesem Bereich. Ich weiß jetzt alles über Biogas. Aber ich hatte so eine Angst vor diesem Termin und ich war so nervös und ich habe mir gedacht, Erna, wenn du das schaffst, dann belohnte ich mich mit einem ganzen Tag in einer Saunalandschaft, mit Massage, mit Essen, mit allem drum und dran. Also das sind so Sachen, die man sich nicht jeden Tag gönnt. Und es hat auch funktioniert und die Nervosität hat mir das wirklich ein bisschen genommen, weil ich gedacht habe, wenn du das schaffst, dann belohnst du dich damit. Und es hat auch wirklich ein bisschen geholfen. Also vielleicht ist das auch für Sie eine gute Idee. Belohnen Sie sich mit etwas Besonderem, wenn Sie eine Herausforderung geschafft haben. Und das hilft Ihnen vielleicht, motivierter zu sein. Mentor oder Mentorin für andere zu sein, kann auch ein hoher Motivationspunkt sein. Also zum Beispiel dieser Satz, das habe ich nur durch Sie geschafft oder Sie haben mir dabei geholfen oder ohne Sie oder ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Das kann auch ein hoher Motivationspunkt für bestimmte Menschen sein. Erfolg ist sexy. Erfolg ist natürlich auch immer eine Motivation. Nicht für jeden. Oder Geld kann natürlich auch eine Motivation sein. Aber auch nicht für jeden. Thomas Gottschalk hat mich in einem Interview sagen hören, die Erotik des Erfolgs hat mich immer mehr interessiert als der schnöde Mammon. Und manchmal denke ich, spürt man und sieht man Leuten auch an, ob sie die Dinge machen des Geldes wegen oder weil sie das wirklich machen, weil es ihnen am Herzen liegt und weil das so von innen kommt und sie den glanzenden Augen dabei haben. Ein sehr guter Motivationsknopf ist auch, dass Sie sich ein positives Zukunftsbild schaffen von der Situation, die Sie sich erwünschen, die Sie sich erträumen. Also wenn Sie es schwer haben, in Bewegung zu kommen, dann stellen Sie sich vor, wie ist das, wenn Sie die Prüfung geschafft haben oder wenn Sie den Segelschein in der Hand haben oder wenn der Umzug geschafft ist oder wenn Sie abgenommen haben oder wenn Sie eine Krise überwunden haben, dann stellen Sie sich das in möglichst bunten, farbigen und sogar mit Geräuschen mit so einem Bild vor. Also möglichst alle Sinne ansprechen. Ein positives Zukunftsbild. Ich brauche zum Beispiel eine ansprechende Umgebung für alles, was ich tue. Also bei mir muss es hell sein und es muss auch aufgeräumt sein. Ich kann überhaupt nicht gut arbeiten, wenn es rummelig ist. Also achten Sie auch darauf auf die Umgebung, ob das etwas für Sie ist, was Sie eher motiviert oder demotiviert. Und denken Sie immer dran, es gibt kein Gut oder Schlecht und Sie sind für Ihre Motivation verantwortlich. Nicht Ihr Chef, nicht Ihre Eltern, nicht Ihr Partner, nicht Ihre Partnerin, nicht Ihre Kinder, nicht Ihre Kollegen, sondern Sie sind für Ihre Motivation selber verantwortlich. Eine gute Idee ist auch, einige Menschen stehen darauf, Wetten abzuschließen mit jemandem. Das ist jetzt nicht so mein Ding, ich kann da nicht so viel mit anfangen, aber vielleicht ist das ja Ihr Ding. Eine Wette abschließen mit einem Kollegen, Wetten, dass ich schaffe, das Rauchen aufzuhören oder was auch immer. Oder auch sich kontrollieren zu lassen oder sich zu verabreden mit jemandem und zu sagen, du, wenn ich das geschafft habe, dann gehen wir beide zusammen essen und dann gebe ich dir das aus oder dann feiern wir zusammen. Also feiern Sie den Erfolg mit jemandem und verabreden Sie sich dazu. Ein letzter Motivationsknopf, den ich Ihnen vorstellen möchte, es gibt natürlich noch jede Menge mehr, sind Vorbilder. Also Menschen lassen sich von Vorbildern motivieren. Wenn die zum Beispiel sagen, Mensch, mein Onkel hat das auch geschafft, über den zweiten Bildungsweg zum Sportlehrer zu werden oder wie auch immer. Oder Sie haben jemanden, dem Sie nacheifern, das kann auch ein Star sein und sagen, wenn der das schafft, dann kann ich das auch schaffen. Und das ist ein Weg, da möchte ich auch hingehen. Also Vorbilder kann auch ein hoher Motivationspunkt sein. Und natürlich erinnert die Erinnerung an vergangene Erfolge. Also wo ist Ihnen etwas besonders gut gelungen, wo Sie gedacht haben, ich schaffe das vielleicht nicht oder ich bin nicht gut genug. Und dann haben Sie gemerkt, Mensch, ich habe das doch schon mal geschafft und dann schaffe ich das jetzt auch. Es gibt noch viele weitere Motivationsknöpfe. Und die Schlüsselfrage ist, wie können Sie Ihren Morgen oder Ihren Tag so gestalten, dass Ihre Motivationsknöpfe möglichst oft gedrückt werden. Und ich verrate Ihnen dazu einen Trick. Ich nenne das den Fünf-Finger-Trick. Wenn Sie hier meine Hand sehen, das ist der Daumen, der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger. Der D, der Daumen steht für die Dankbarkeit. Also fragen Sie sich morgens immer, das ist so eine Schnellmotivationstechnik. Wofür bin ich heute dankbar? Und wer von Ihnen schon mal einen Hexenschuss gehabt hat? Ich hatte vor einiger Zeit einen. Ich weiß, dass ich ein paar Tage morgens dachte, ich bin dankbar, dass ich keine Schmerzen habe, zum Beispiel. Oder sind Sie dankbar, dass Sie Familie haben, dass Sie Freunde haben, dass Sie laufen, gehen, sehen, hören können, dass Sie eine Chance haben. Wenn Sie zum Beispiel die Chance haben, irgendwo einen anderen Posten zu übernehmen, dann denken Sie nicht, oh Gott, wie schaffe ich das bloß und grübeln. Und Sie wissen, grübeln führt in die Grube, sondern sagen Sie sich, ich bin dankbar für diese Chance. Der Zeigefinger, dann reden Sie über das Ziel und sagen sich, welches Ziel will ich heute erreichen? Und zwar nur heute, nicht Ihr ganzes Leben. Das ist schon wieder eine Überforderung. Was will ich heute Abend von mir sagen können? Also was ist heute mein Ziel? Vielleicht wollen Sie sagen können, ich habe es heute geschafft, nicht zu nörgeln. Oder ich habe es geschafft, gelassen zu bleiben oder ruhig zu bleiben. Der Mittelfinger steht für das M natürlich, für die Motivation. Und welchen Motivationsknopf drücken Sie heute? Und vielleicht sagen Sie sich, Mensch, heute möchte ich bedeutend für jemanden sein oder ich möchte meine Arbeit gut machen. Oder ich mache etwas Sinnvolles oder mir ist bewusst, dass ich etwas sehr Sinnvolles mache. Also das ist Ihr Motivationsknopf. Der Ringfinger, das R, steht für den inneren Ratgeber. Welchen Ratgeber können Sie fragen, der Sie unterstützt, der Ihnen da hilft? Vielleicht denken Sie, was wird meine Mutter sagen? Muss natürlich ein gutes Vorbild sein. Oder vielleicht haben Sie so einen inneren Ratgeber. Für mich ist das manchmal so jemand wie Madonna zum Beispiel. Ich finde, die Frau hat so viel Power und so viel Mut, auch ihr eigenes Ding zu machen. Dann denke ich mir, wie wird Madonna das eigentlich tun? Also das ist Ihr innerer Ratgeber. Der kleine Finger steht für die Kondition. Was können Sie heute für Ihre Kondition tun? Das könnte zum Beispiel sein, dass Sie sagen, also für mich so ein klassisches Beispiel, ich lasse mal die Süßigkeiten weg. Gar nicht so einfach. Und diese Fünf-Finger-Technik, das ist schon eine ganz einfache Selbstmotivation für den Tag. Wofür bin ich dankbar? Was ist mein Ziel für heute? Welchen Motivationsknopf drücke ich? Welcher Ratgeber kann mir helfen? Und was tue ich heute für meine Kondition? Und das hoffe ich, dass Sie das schon selber in Begeisterung versetzen können. Weil das kann niemand sonst. Das kommt nur von innen. Und wie gesagt, die Verantwortung liegt bei Ihnen. Ein sehr gutes Buch dazu. Das ist zwar schon etwas älter, aber einige Techniken daraus und einige Grundideen sind ja nicht anders. Zum Thema Motivation hier von Alexander Christiani. Weck den Sieger in dir. Also ich hoffe, dass ich Ihnen da heute eine Menge Tipps zu geben konnte, sich selber in Bewegung zu setzen und selber motiviert zu sein und die Verantwortung für Ihr Leben und für Ihre Motivation zu übernehmen. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.